hallo freunde hallo youtube hier ist wieder hans heute mit einer kleinen info und ihr werdet wahrscheinlich im titel schon gelesen haben ihr könnt dieses wochenende rainbow six siege kostenlos auf der xbox one testen das ganze startet heute ab 18 uhr dem 28 7 und geht bis zum montag den ersten 8 9 uhr morgens rainbow six lässt sich bereits auch schon preloaden also kostenlos das heißt ihr geht einfach nur in meine spiele und apps und klickt dort einfach mal bei bereit zum installieren durch dort sollte sich rainbow six finden und dann könnt ihr es bereits jetzt schon runterladen also hier nochmal die fakten ab dem 28 7 sprich ab heute ab 18 uhr könnt ihr bis montag den ersten 8 9 uhr morgens könnt ihr rainbow six kostenlos testen ihr müsst allerdings xbox live gold dafür haben ohne gold funktioniert das leider nicht ich hoffe diese kleine info war für dich wieder einmal hilfreich wenn dem so ist lass mir gerne da oben da abonniere auch meinen kanal um keins meiner weiteren videos zu verpassen und mir bleibt nur wieder eins zu sagen ich danke fürs zuschauen euer hans ist raus cheers